Ich bin die Vroni, bin im vierten Semester und bin im Chorprofil und ich singe im Sopran. Im Chorprofil lernen wir, wie ich mich vor einem Chor präsentiere, wie ich Stücke einstudiere, wie ich dirigentisch arbeite, wie ich ein Konzert organisiere und dann letztendlich natürlich auch dirigiere. Man wird zum natürlichen Organisationstag, muss man, zwangshalber. Ich denke gerade an eine riesengroße Partitur, die wir vor uns hatten von einer großen Messe. Und man denkt sich, wie soll ich das jemals schaffen? Es sind so viele Linien und so viele Instrumente und Noten und so weiter. Und auch, dass man da sich selbst irgendwie organisiert, wie man da rangeht überhaupt, um den Elefanten irgendwie in kleinen Stücken irgendwie sich zugänglich zu machen. Ich bin die Vroni, die wir in den Blumen, die wir an wissen können. Ich bin die Vroni, die wir an auf der Leere, und die wir an wissen können. Alleluia! Ich mag das total gern eigentlich, wenn jemand noch dasselbe Stück dirigiert wie ich. Andere Leute haben einfach andere Aspekte in sich, die sie dann auch mehr betonen, an die ich zum Beispiel gar nicht gedacht hatte. Deswegen finde ich das eigentlich wahnsinnig cool in der Gruppe irgendwie und man lernt unglaublich viel einfach von den anderen auch. Vielen Dank.